Also ich hab's versprochen, ich löse zu viel, ich bin in Chile, ob in der Ande, ne, und die gucken hier Copa, Amerika nicht, die gucken die Euro, die sagen, der Messi, der hat uns mit 13 schon, hat er uns den Rücken gekehrt, ne, Verräter, ne, und die hoffen auch, dass es eigentlich nicht verliert, ne, und die gucken Euro, und die haben eine Sprache, ähm, El Silbo, heißt die, kommt aus dem Saudade, ne, Fado, ne, sag ich, Saudade, Fado, ne, Els ist Pfeife, ne, das hat jetzt geheißen, Messi ist unsympathisch, ne, oder Ronaldo ist ein attraktiver junger Mann mit Geldsorgen, das heißt, Spanien, Italien, 2, 1, aber verdient, unverdient wäre, bissl anders, genau, Und England hab ich's auch getippt, die hab ich Schildkröte, wo pfeifen kann hier in Peru, die hat gesagt, England, Deutschland, 4, 0, klingt so, ne, und wenn du aus dem Süden bist, äh, genau, eigentlich ganz einfach, ne. Sollt war die Tee uns voll glade, blöd sind auf jedes Land, da kommen wir nix machen.